Musik Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir uns nun mit dem Thema Erfüllung der altesten männlichen Prophezeiungen befassen wollen, im Johannes-Evangelium natürlich. Meine Gesprächspartner sind die Rebecca, die Agnesa und der Carsten. Schön, dass ihr mit dabei seid. Bevor wir einsteigen in den biblischen Text, möchte ich gerne ein Gebet sprechen. Unser großer Gott, danke, Herr, dass wir uns über dein Wort unterhalten dürfen. Danke für das Vorrecht, es zu besitzen. Danke, Herr, dass wir keine Angst haben müssen, verfolgt zu werden, weil wir darüber reden. Wir wollen dich bitten, dass du uns leitest in unserem Gespräch. Wenn wir uns verschiedene Abschnitte nun ansehen werden im Johannes-Evangelium, schenke du uns bitte, Herr, das rechte Verständnis der Worte, die wir vorfinden und rechtes Verständnis der Werke und auch der Prophezeiungen, die wir tiefer betrachten wollen. Herr Jesus, danke, dass du uns leiten wirst mit deinem Geist, dass du uns hilfst, dich, dein Werk, dein Leben besser zu verstehen. Amen. Amen. alttestamentliche Prophezeiungen, aber auch verschiedenes an Werken Jesu in diesem Evangelium ist das Thema dieser Woche. Und ich möchte gerne zunächst eine ganz grundlegende Frage stellen. Wenn ihr an, ihr kennt ja sicherlich eine Menge Menschen, ja, im Laufe des Lebens sind es doch tausende, die man kennenlernt. Aus eurer Erfahrung, was ist für euch entscheidender und warum? Entscheidender, was ihr seht, was ein Mensch tut oder was ihr von diesen Menschen hört oder was ihr vielleicht auch über diesen Menschen von anderen hört. Was ist wichtig für euch, um einen Menschen gut einschätzen zu können? Ich glaube, das kommt immer darauf an, in welchem Zusammenhang. Wenn es jetzt arbeitsmäßig ist, im Lebenslauf, da ist meistens am wichtigsten die Werke, also was hat die Person schon gemacht, was sind für Ausbildungen, welchen praktischen Hintergrund oder was auch immer. Da, glaube ich, spielt das eigentlich eine große Rolle, ja. Wenn es jetzt persönlich ist für eine Freundschaft, dann versucht man doch auch auf das andere Wert zu legen, weil man ja auch mit der Person gemeinsam leben möchte oder, ja, gemeinsam auch so eine Freizeit gestalten haben möchte. Ich stelle mir gerade vor, sich einen Lebenslauf geben zu lassen, um zu entscheiden, ob man vielleicht eine Freundschaft eingeht. Das wäre schon merkwürdig, ja. Es gibt ja den schönen Satz, ich kann nicht hören, was du sagst, weil das so laut spricht, was du tust. Ja, also zuerst mal ist ja schon der Gedanke da, das, was ein Mensch tut, ist letztendlich das Entscheidende, ja. Das zeigt auch, ob seine Worte wirklich authentisch sind, ja, oder einfach jetzt übereinstimmen. Aber manchmal kann es natürlich auch sein, dass jemand versucht, mit seinen, mit seinen Werken oder kurzfristigen Handlungen vielleicht einen Eindruck auf mich zu hinterlassen. und dann kann es vielleicht schon auch wichtig sein, was jemand sagt, der einen Menschen schon lange kennt. Es gibt ja dieses Sprichwort, dass die Werke viel mehr sagen als tausend Worte. Und ich glaube, man kann, es gibt Leute, die sich sehr, sehr gut verkaufen können. Und wenn du dem zuhörst, denkst du manchmal, wow, das muss ein Superhero sein, der schafft so viel und der kann so viel. Und es gibt Leute, die sich weniger gut verkaufen können, die eher im Hintergrund still sind, aber die ein wahnsinniges Potenzial haben. Und ich glaube, dass es irgendwie, um einen Menschen wirklich einschätzen zu können, ist es eine Symbiose aus Werken und Worten. Wenn mein Mann mir sagen würde, die ganze Zeit, ich liebe dich, aber in seinen Werken würde ich in seinen Handlungen ganz andere Sachen sehen, glaubt man das dann irgendwann mal nicht mehr. Also es muss beides miteinander zusammenspielen. Auch andersrum stelle ich mir schwer vor, wenn man jemanden liebt, aber es ihm nie sagt, man zeigt es durch Werke, aber von dem Mund her, das doch auch, wie Jesus uns sagt, letztlich ein Ausdruck des Herzenszustandes ist. Wenn das fehlt, da ist auch wieder was Falsches. Das Beste wäre natürlich jemand, der sich selbst in einer guten Weise verkaufen kann, weil die Worte mit seinen Werken gut übereinstimmen. Also ich bin da ganz bei euch. Es braucht irgendwie diese verschiedenen Perspektiven. Und oft gerade in einer Krise eben. Oder einfach bei Herausforderungen, da wird deutlich, was in den Menschen möglichst steckt. Ja. Wenn alles eh so smooth dahin geht, ist es sehr leicht, sehr freundlich und geduldig und charmant zu sein. Aber wenn es wirklich schwierig wird, dann ist das was anderes. Ich glaube, wir alle schätzen Menschen dann, gerade in solchen Situationen sehr, wenn wir merken, sogar da kann man sich auf sie verlassen. Das ist ein hohes Gut. Wir haben einige Texte im Johannes-Evangelium, die von den Werken Jesu sprechen. Wir haben eine Menge Worte. Wir haben sehr, sehr viele Gespräche im Johannes-Evangelium. Viele Diskussionen. Das ist meistens konfrontativ. Aber wir haben auch immer wieder das Thema, in diesen Diskussionen, wie wichtig die Werke sind. Und da möchte ich gerne mit euch was lesen zu. Und zwar in Kapitel 5 des Johannes-Evangeliums. Direkt nach der Heilung des Kranken am Teich Bethesda kommt es natürlich, wie es so sein muss, wieder zu einer Auseinandersetzung, wieder eine Diskussion. Und da, Agnesa, würde ich dich bitten, die Verse 17 und 20 zu lesen. Und Carsten, wenn du dann noch die Verse 36 bis 38 lesen würdest. Vers 17. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke auch. Und Vers 20. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Ab Vers 36. Ich aber habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, bezeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Dankeschön. Die Werke spielen hier eine wichtige Rolle. Sie treten als Zeuge für Jesus auf. Vielleicht kann ich das so sagen. Jetzt ist das schon ein schwieriges Thema. Vielleicht darf man das so formulieren im Neuen Testament. Denn die Werke sind ja auch, wenn ich jetzt an Paulusbriefe zum Beispiel denke, oder auch Offenbarung 13, 13, wo es um die Verführung durch Werke, durch falsche Wunder geht, dann ist das etwas, das dort zumindest so erscheint, als könnte es eben nicht als Zeugnis für einen Menschen auftreten. Jesus ruft aber genau seine Werke jetzt als Zeuge an. Wie könnt ihr das vereinbaren? Wie kann man tatsächlich das, was ein Mensch tut, hier sind es große Werke, Wunderwerke, auch nehmen als einen Beweis für eine göttliche Sendung? Ich meine, es gibt ja diesen Prophetentest im Allentestament, im 5. Mose, dass wenn ein Mensch was ankündigt und es trifft nicht ein, dann ist es auf jeden Fall kein echter Prophet. Das reicht noch nicht aus. Ja, da gehört dann noch mehr dazu. Denn es heißt dann auch ein paar Kapitel, später, dass wenn jemand was sagt, was dann eintrifft und er dann sagt, fallt ab von Gott oder macht was anderes. Trotzdem ein falscher Prophet. Also es kommt ja auch wieder hier beides zusammen, wie wir schon in der Einleitung gesagt haben. Aber wenn natürlich Jesus jetzt hier diese Werke nicht hätte tun können oder einfach begrenzt gewesen wäre, dann wäre er letztendlich sofort unglaubwürdig geworden. Dann kann er eigentlich nicht der Messias sein. Denn das alte Testament sagt ganz klar, wenn der Messias kommt, dann kommen mir diese Verheißungen. Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Taube werden hören, beispielsweise. Und er macht es. Und weil er das tut, ist es natürlich schon mal ein Aushängeschild erst mal, dass das stimmt auch, was er sagt oder das alte Testament angekündigt hat. Das alleine reicht noch nicht aus. Das könnte auch bis zu einem gewissen Grad eben nachgemacht oder vorgetäuscht werden. Wie du schon gesagt hast, da gibt es auch einige Texte in der Bibel. Ja, ich denke, übernatürliche Werke sind immer eine Herausforderung. Wir haben ja auch heutzutage viele Heilungen. Ich habe eine Geschichte gehört von einer Frau, die tatsächlich im Rollstuhl saß und dann plötzlich am nächsten Tag dann geheilt war, weil eben so ein Heiler sie geheilt hat. Und dann hat ein adventistischer Prediger zu ihr gesagt, wenn du wirklich wissen möchtest, ob das von Gott kommt, dann bete heute Abend, wenn es nicht von ihm kommt, dass du ab morgen wieder gelähmt wirst. Und tatsächlich, nächsten Morgen ist sie aufgewacht und sie war gelähmt für den Rest des Lebens. Also ich glaube, wenn wir mit ehrlichem Herzen zu Gott kommen, dann zeigt er auch, ob die Werke von ihm sind. Aber es ist natürlich von außen gesehen manchmal schwer zu sehen, ob sie jetzt, weil nur weil es übernatürlich ist, muss es nicht von Gott kommen. Da haben wir ja auch nur als einen Gedanken, wir gehen jetzt nicht dorthin, wir bleiben noch hier in dem Kapitel, aber ich denke da gerade an Johannes 7, Vers 17. Da ist ja so der Test, der mit der Einstellung zusammenhängt. Da sagt Jesus, Johannes 7, Vers 17, wenn jemand seinen, also Gottes Willen tun will, so wird er von der Lehre erkennen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Also die Einstellung, mit der ich etwas prüfe, sei es eine Lehre oder sei es ein Werk oder ein Wunderwerk, das geschieht, die ist offenbar entscheidend dafür, ob ich zum richtigen Ergebnis komme. Ob ich wirklich erkenne, ist jetzt Gott hier gerade am Werk. Und wir sehen ja auch bei Jesus selbst, da haben wir etliche, die lieben das, was er tut, aber wir haben auch sehr, sehr viele, die sind Gegner, trotz all der großen Wunder, die er tut. Die verstehen es nicht, die erkennen es nicht. Hier sind ein paar Dinge in den Versen, die wir gelesen haben, die ein bisschen merkwürdig klingen. Ich denke da besonders an den Vers 20, also wieder zurück in Johannes 5, der Vers 20. Der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Der Vater tut also etwas, zeigt es dem Sohn und der Sohn, wie wir dann hören, arbeitet das nach gewissermaßen. Das wirkt fast so, als wäre Jesus nicht wirklich eigenständig. Wie erklärt ihr euch das, solche Aussagen? Ja, nicht eigenständig, das würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn wir das auf unsere menschliche Ebene runterziehen, die, die Kinder haben, sind schon daran interessiert, wenn das Kind ähnliche Vorlieben hat wie man selbst, dass es zu größeren Werken berufen ist oder größere Werke vollenden kann. Es gibt das ganz oft auch in der Musik, dass wenn ich selbst Musiker bin und ein Hopi gab, das Kind habe, dass ich da doch sehr viel Eifer dran setze und mich sehr darüber freue, wenn mein Kind besser geworden ist als ich. Das Beispiel hing da ein bisschen an der Stelle, weil Gott und Jesus ja beides Gott sind und im Prinzip keiner ist stärker oder schwächer als der andere. Aber in Jesus wird Gott tatsächlich im Neuen Testament den Menschen offenbart. Da wohnt Gott mitten unter den Menschen. Sie können ihn sehen, sie können mit ihm reden, sie können ihn anfassen, der ist wirklich zum Greifen nah. Anders als im Alten Testament, wo Gott im Tempel gelebt hat, vorher in der Stiftshütte und wo sich ja eigentlich keiner oder bis auf die Priester, hohe Priester, die sich nahen durften, durfte sich ja keiner nahen. Und das ist für mich so das größere Werk, dass Jesus jetzt für die Menschen zum Anfassen da ist, zum Greifen. Ich denke auch, der Vers zeigt die enge Beziehung, die die zwei miteinander haben und dass Jesus sehr wohl von Gott kommt, weil das wurde ja die ganze Zeit angezweifelt. Er zeigt die Werke meines Vaters, er zeigt sie mir zuerst und er tut sie und ich tue sie und dann werden noch größere Werke kommen. Aber wir sind eins. Ich glaube, der Fokus ist noch ein bisschen auch mehr auf dieses Eins-Sein auch. Was glaubt ihr denn, was damit gemeint ist, dass noch größere Werke getan werden? Oder für euch persönlich, was sind denn so die größten Werke, die Jesus getan hat? Die ganz besonderen, die auch besonders belegen, dass er von Gott gesandt ist. Klar, man könnte jetzt gerade im Johannes-Evangelium sagen, was so raussticht, ist diese Auferwirkung des Lazarus. Da ist wirklich jemand schon vier Tage lang tot. Der stinkt schon, sagt die Schwester. Und Jesus erweckt ihn trotzdem. Der kann auch kein Versehen vorgelegen haben. Beispielsweise heute wird man sagen, vielleicht war das Mädchen von Jairus noch nicht ganz tot oder so. Die konnten es damals medizinisch nicht so genau unterscheiden. Solche Dinge könnte man ja sagen. Aber beim Lazarus keine Chance. Der war wirklich mausetot und Jesus ruft ihn aus dem Grab heraus. Das sticht auf jeden Fall mal raus. Und das habe ich auch gleich gedacht. Habt ihr noch andere Ideen, wo ihr sagt, das ist so ganz besonders, was Jesus da getan hat? Ich glaube auch die Speisung. Also dass man aus einem Korb da dann einfach Brote rauskriegt, die dann nicht aufhören rauszukommen. Das ist ein Schöpfungswunder. Ja. Die Stellung des Sees, des Sturms. Ja, genau. Dass du auch, ja, auch die Elemente der Natur gehorchen, Jesus. Ja. Und zwar nicht irgendwann mal ist der Wind abgehebbt, sondern er sagt ein Wort und es geschieht. Schlagartig. Ja. Er ist Herr über der Natur. Also das sind so Momente, die ihr jetzt hier erwähnt habt, die wirklich jedem klar machen mussten, das hier ist auch nicht einfach nur ein Prophet. Das ist eher derjenige, der die Propheten geschickt hat, der die Propheten mit Macht ausgerüstet hat. Der hat die in sich selbst. Er tut es einfach. Und das ist ja auch so interessant, bei Lazarus kommt die Anrufung des Vaters. Aber wenn es um die Stellung des Sturmes geht, nicht. Er spricht direkt zu dem Sturm. Und er ist still. Also haben wir so Momente, die einfach in ganz besonderer Weise seine Göttlichkeit belegen. Lass uns noch den Vers 37 betrachten. Da sagt er ja, der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Wovon spricht Jesus hier? Was meint ihr? Der Vater, der Zeugnis gegeben hat. Bei der Taufe auf jeden Fall sagt er, dieses ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da haben wir wirklich auch die Stimme von ihm. Und er spricht ja auch von einer Stimme. Also scheint er in diese Richtung zu gehen? Ich glaube, dass es auch hier einen Bezug auf das Alte Testament gibt. Weil im Alten Testament ja der Messias, Jesus ja öfters angedeutet wird und auch vorhergesagt wird. Und später, wie wir sehen werden in der Lektion, beziehen sie sich ja auf Mosel. Und das war ja den Schriftgelehrten extrem wichtig. Dass sie auf Mose Bezug nehmen und dass sie sich in den Schriften gut auskennen. Aber offensichtlich kannten sie den Geber der Schrift nicht und kannten seine Stimme nicht und kannten den Inhalt nicht wirklich, außer dass sie das auswendig wussten. Also wir haben zwei Arten der Stimme Gottes, auf die sich Jesus hier höchstwahrscheinlich bezieht. Bei der Taufe direkt hörbar. Jetzt mag vielleicht nicht jeder, mit dem Jesus hier gesprochen hat, anwesend gewesen sein. Aber ich bin sicher, es hat sich zumindest rumgesprochen, dass da was ganz Besonderes passiert ist. Und die Stimme Gottes, wie wir sie in den Worten des Alten Testaments haben, die Prophezeiung, das sind schon gewaltige Zeugen, von denen wir hier reden. Schauen wir uns das doch gerade mal an, was du erwähnt hast, Agneser. Die Pharisäer, die sich auf Mose berufen. Dazu müssen wir noch ein paar Verse lesen in diesem Kapitel. Und zwar die Verse 39 und 40. Rebekah, wenn du das lesen würdest, fangen wir damit mal an. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Und dann bitte noch Verse 46 und 47. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Dankeschön. Das ist ja schon ganz merkwürdig, was wir eigentlich hören. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten oder hier im Johannes-Evangelium werden sie ja meist so als eine Gruppe, einfach nur als die Juden bezeichnet. Wir sehen bei den anderen Evangelien ist das viel mehr unterschieden. Aber hier ist einfach so die Juden. Und meistens geht es dann einfach um die gelehrten religiösen Führer, die die Mose gut kannten, die sich auf ihn berufen haben. Wie ist es möglich, dass Jesus ihnen jetzt vorwirft, ihr glaubt Mose nicht? Was meint er damit? Sie berufen sich darauf hin. Sie kannten große Teile auswendig. Sie haben tiefste Exegese, wenn man das so nennen darf, betrieben. Haben das ihren Kindern beigebracht, wie Mose zu verstehen ist? Jetzt sagt er, sie glauben ihm nicht. Ich glaube, dass, was du gerade gesagt hast, sie haben ihren Kindern beigebracht, wie Mose zu verstehen ist. Wie sie ihn gerne verstanden haben, haben sie ihn beigebracht, aber nicht, wie Mose tatsächlich zu verstehen gewesen wäre. Ich kann Sachen auswendig lernen, aber niemals wirklich verstanden haben. Wenn ich das nicht anwenden kann, was ich auswendig gelernt habe, dann bringt mir das ganze auswendig gelernt gar nichts. Und das scheint hier der absolute Fall zu sein, dass sie das auswendig gelernt haben, sie konnten das aufsagen, aber für ihr Leben gar nicht anwenden und auch nicht erkennen, auf wen sich die Sachen beziehen. Also die waren tatsächlich dafür absolut blind. Und wollten auch nicht den Zusammenhang überall sehen, weil der Zusammenhang war ja klar vor ihren Augen. Sie hatten so viele Prophezeiungen im Alten Testament, jetzt haben die sich alle erfüllt und da ist ja ein starker Zusammenhang. Und sie haben das ignoriert. Und zwar von Anfang an. Also im Johannesevangelium könnte man schon den Eindruck bekommen, auch dass Jesus eben sehr früh, sehr provokativ auftritt und sich verscherzt dann auch mit den Juden. Ja, aber man muss natürlich sagen, wenn man gerade so das Matthäusevangelium dazu nimmt, schon bei der Geburt Jesu, da kommen diese Weisen aus dem Morgenland und fragen nach, ja, wo wird er denn geboren? Die wissen es genau. Und warum gehen sie selber nicht hin? Ja. Ja, also dieses Buch, dieses ganz fantastische, tolle Buch von Ellen White heißt ja im Original The Desire of Ages. Und die Sehnsucht der Zeit, Alter, sie warten alle drauf. Und dann kommt er und die gehen schon von Anfang an. Ja, Jesus ist kaum hier auf der Welt und ist noch ganz unschuldig geboren, kleines Kind. Und die gehen nicht hin. Ja, die lassen da die Ausländer hingehen. Ja, anscheinend hat schon das im Stolz gekränkt. Vermutlich. Ja, mit dem zusammen können wir nicht hingehen, wie auch immer. Ja, und das ist so tragisch hier an dieser Stelle. Ja, also alles weist drauf hin. Die warten über Jahrhunderte, Jahrtausende, kann man eigentlich sagen. Und als er dann kommt, ja, wie sagt Johannes 1 gleich, die Seine nahmen ihn nicht auf. Ja, das ist gleich von Anfang an, ja, so wie der rote Faden, der sich so durchzieht, das Johannes-Evangelium. Ich glaube, das Problem, also in der Gefahr stehen auch wir absolut. Weil manchmal hat man eine fixe Idee von einer Sache, wie sie sein muss, wie man sie sich vorstellt. Und so habe ich das Gefühl, war es bei den Juden. Sie haben sich den Messias vorgestellt als einen Mächtigen, der sie befreit und errettet. Und wenn es dann anders eintrifft, wie oft beten wir und sagen, lieber Gott, bitte löse das Problem oder mach das so und so. Und Gott hat das Problem schon längst gelöst. Wir sehen die Lösung aber nicht, weil wir nicht unsere Idee verwirklicht gesehen haben, indem wir Gott die Sachen gelöst hat. Und ich glaube, das kann uns ganz, ganz oft auch, wie die Juden hier blind dafür machen, fürs Wirken Jesu. Ich finde es interessant, dass Jesus hier schon, ich glaube, eine Art Prophetie gibt in Vers 43. Da sagt er, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Jetzt ist der Messias, den wir als Messias verstehen, Jesus ja schon vor 2000 Jahren gekommen. Das ist eine lange Zeit. Und die Juden, wie du gesagt hast, Karsten, haben ja wirklich schon lange gewartet, dass der Messias kommt. Inzwischen sind noch mal 2000 Jahre dazugekommen. Und man merkt, im ersten Jahrhundert nach Christus, da war eine gewisse Ungeduld da. Es kamen eine Menge anderer Leute im eigenen Namen, die von verschiedenen Gruppen aufgenommen wurden. Der erfolgreichste sicher war Kochbar, der in Aufstand angezettelt hat, gegen die Römer. Es gab einen Krieg, einen zweiten Krieg gegen die Römer, 132 bis 35. Der Mann hat sich nicht durch solche Wunderwerke ausgewiesen, durch eine Friedensbotschaft. Nicht dadurch, dass er die Blinden geheilt hat, die Lahmen geheilt hat, die Toten auferweckt hat. Das konnte er alles nicht. Aber sie sind ihm allesamt nachgelaufen, die religiösen Führer, in ihren Untergang hinein, weil er gegen die Römer gegangen ist. Und darauf hat man gewartet. Eben, das hat das Bild wieder gespiegelt, was sie sich vorgestellt haben von einem Messias, der sie zu einem großen Volk wieder macht. Ja, also das ist schon ganz merkwürdig, diese Verblendung. Ich möchte hier noch einen Vers mit dazunehmen, Vers 45. Agnesa, würdest du den lesen, bitte? Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wir haben hier in diesem Kapitel eigentlich so eine Art auch eine Bühne für ein Gericht, die hier aufgebaut wird. Wir hören hier von einem Ankläger, Mose, interessant, sonst ist der Ankläger immer Satan. Das sagt ja auch der Name schon. Oder das ist der Begriff für ihn. Hier hören wir von Mose als Ankläger und wir hören im gleichen Kapitel vorher in Vers 22 von dem Richter. Vers 22 heißt es, der Vater richtet niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn übergeben. Andere Verse machen dann deutlich, Vater und Sohn gemeinsam werden richten. Aber da haben wir offenbar Jesus auf dem Richterstuhl, Mose, der sie anklagt, der Untreue den mosaischen Schriften gegenüber. Und dann wird dem Jesus nochmal gegenüberstehen, so die Vorhersage hier, und dann als göttlicher Richter. Das ist schon gewaltig, was er hier sagt. Wir haben ja auch so die Verse 39 und 40 gelesen. Für mich somit die tragischsten Verse in der ganzen Bibel. Sie suchen an der richtigen Stelle. Und trotzdem erkennen sie es. Sie erkennen ihn nicht. Ihn als Person, als Mensch, als Mensch gewordenen Gott. Und so tragisch. An der richtigen Stelle zu suchen, uns doch nicht zu sehen. Also das ist schon so ein bisschen die Frage, kann es bei uns auch passieren? Ich meine, dass wir eigentlich ganz nah dran sind. Also die Kinder spielen ja immer so dieses Suchspiel, so ist es heiß oder kalt. Und wenn man dann sagt, es ist ganz heiß. Und die Kinder sehen es immer noch nicht. Kann es bei uns auch der Fall sein, dass wir direkt davor stehen sozusagen. Wir haben ganz viel Erkenntnis, die uns anvertraut worden ist. Wir beschäftigen uns mit dem Wort Gottes und gehen vielleicht doch am Wesentlichen vorbei. Und dann gibt es keine Veränderung im Leben. Da möchte ich gerne daraus so zwei Fragen bauen, die mir interessieren würden. Das eine, erstens, wie kann das sein? Damals ist es offenbar geschehen. Und ich würde mal sagen, das kann heute genauso geschehen. Da hast du sozusagen eine Schatzkarte. Du suchst am richtigen Platz. Und ich stelle mir das bildhaft so vor, da kommt eine Schatztruhe, aber die sieht nicht so aus, wie es mir vorgestellt hat. Ich grabe also weiter und wundere mich, dass kein Schatz zum Vorschein kommt. Wie ist das möglich? Und dann würde mich ganz konkret interessieren, wo seht ihr denn so etwas in der heutigen Gesellschaft, der christlichen Gesellschaft, dass man an Schätzen aus der Heiligen Schrift vorbeigeht, dass man sie nicht wahrnimmt? Wie kann das sein und welche Beispiele fallen euch da ein? Ich glaube, manchmal ist man einfach gar nicht offen, für was Gott wirklich zeigen möchte. So wie sie auch nicht offen waren, für wer der Messias wirklich ist. Ich meine, die Samaritaner oder so, die waren viel offener. Die hatten dieses Bild von, er ist der Messias und er kommt auf diese Art. Und ja, ich denke, die Offenheit macht viel aus, ob wir etwas akzeptieren oder nicht. Also keine zu fest vorgefertigte Meinung. Wenn etwas in das Bild nicht passt, wird es gleich verworfen, sondern sich selbst da vielleicht auch hinterfragen. Er hat sich vielleicht auch nicht ablenken lassen, weil manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht, weil man seinen Fokus nicht auf das Richtige setzt, sondern überall drumherum auch mitschaut und guckt und dann irgendwann mal sich gar nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren kann und das auch das Wesentliche nicht erkennen kann. Vielleicht nagt es auch am menschlichen Stolz, weil so wie sie sich Jesus vorgestellt haben, als König, als Führer, da gehen wir voran und dann kommt Jesus und sagt, nehmt mein Kreuz auf euch und so weiter. Also da ist so der Gegensatz, jetzt soll ich mich demütigen, jetzt soll ich mein Leben ganz übergeben. Und das kann schon schwerer sein, wenn man, also der menschliche Stolz geht lieber dem nach, dass man jetzt halt sich größer macht und besser wird als Nation. Wenn wir in die Antike zurückgehen, zu den griechischen Mythologien, griechische Mythologie zum Beispiel, der Olymp, eine Katastrophe, die Gottheiten, eine Katastrophe, aber für die Menschen hat es was bedeutet, sie haben sich damit identifizieren können, weil sie Charaktereigenschaften hatten, die die Menschen selbst hatten. Allzu menschlich, ja, diese Götter. Aber trotzdem, sie waren was Großes. Keiner der Götter in keiner Sage hat sich irgendwie gedemütigt oder für einen hergegeben oder jemanden gedient. Das macht man nicht. Man dient dem Gott oder der Gottheit in dem Fall. Und Jesus ist so ganz, ganz anders. Er ruft uns dazu auf, ein Gott, der alles geschaffen hat, dem das ganze Universum untersteht, dem die Naturgewalten gehorchen, der wäscht dann einem seiner Jünger die Füße. In der antiken Mythologie oder in antiken Schriften über die Religion der Griechen, der Römer, gibt es nicht mal einen Begriff für die Liebe Gottes. Man könnte meinen, Theophilie oder so was. Das wäre so etwas. Das gibt es gar nicht, weil die Vorstellung, dass Götter lieben könnten, überhaupt nicht existierte. Da muss man sich mal vorstellen, wie bahnbrechend die Vorstellung gewesen sein muss, wenn die Apostel raus sind und haben dieser hellenistischen Kultur gepredigt, da gibt es doch einen Gott, der ist gekommen und der hat sich geopfert für den Menschen. Unfassbar revolutionär, was da geschehen ist. Das hat so gar nicht in das Denken hineingepasst. Aber ich stelle mir so vor, es muss unheimlich attraktiv gewesen sein, einen solchen Gott kennenzulernen. Mich würde interessieren noch, zum zweiten Teil meiner Frage von vorhin, wo erkennt ihr denn in der heutigen Christenheit Aspekte? Schätze aus der Bibel, die nicht wahrgenommen werden, die nicht in Anspruch genommen werden, wo die Bibel Dinge über Gott sagt oder über das, was er vielleicht für unser Leben vorgesehen hat, was bei den Menschen nicht ankommt. Ganz aktuelles Beispiel bezüglich Familien. Das Modell, wie es in der Bibel ist, das Familienmodell, wird mittlerweile ja so aufgetröselt, ja auch in der Christenheit, und aufgebrochen mit der Begründung, der Gott schenkt mir Liebe und dann muss es in allen möglichen Konstellationen möglich sein. Aber diesen Familienverbund, der als ein Schutzmechanismus dient und der dem Menschen auch Glück und Zufriedenheit und einen gewissen Schutzrahmen bietet, das wird kaputt gemacht, ohne dass man es wirklich sieht und begreift, was das eigentlich für Folgen hat. Wenn man dann sich die Patchworks-Families anschaut, was vielleicht für den einen oder anderen funktioniert, aber wenn man dann mit den Kindern redet und die Narben, die die ganzen ständig wechselnden Beziehungen in allen möglichen Konstellationen bei den Personen hinterlassen, das kann man ganz oft erst viele, viele Jahre später erst sehen. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, was … Also die Heiligkeit von Ehe und Familie, die in der Bibel herausgehoben wird, die heute oft verachtet wird in der Gesellschaft. Ich glaube, ein anderer Schatz, der uns auch sehr stark betreffen kann, ist der Heilige Geist. Wir müssen uns da oft theologisch sehr stark abgrenzen. Es gibt ja viele, die Dreieinigkeit angreifen, die Persönlichkeit auch des Heiligen Geistes. Und auf der anderen Seite eben dann auch viele Christen, die es übertreiben mit dem Heiligen Geist sozusagen. Und manchmal, wenn wir uns so stark jetzt verteidigend hier verhalten, das ja nicht irgendwie falsch zu sehen, verlieren wir aus dem Blick, dass wir ohne den Heiligen Geist kein kraftvolles christliches Leben führen können. Und dann ist es nur noch technisch, theoretisch und letztendlich kalt, was wir leben. Ich habe auch an den Sabbat gedacht, den Gott ja gleich am Anfang eingesetzt hat, wo er gesagt hat, egal ob du im Gefängnis bist, egal ob du in Freiheit bist, ich gebe dir diese besondere Zeit. Das hat ja keine andere Religion. Die haben irgendwo, wo man hinbildert oder irgendeinen Gegenstand. Und hier haben wir Zeit, um Gott besser kennenzulernen und mit ihm eine engere Beziehung aufzubauen. Und ich meine, es kann selbst uns Adventisten passieren, dass wir den Sabbat viel zu wenig wertschätzen. Dass er ein bisschen untergeht. Wenn ich an den Sabbat denke, der bei der Schöpfung angesetzt wurde, für alle, die auf diesem Planeten leben, für jeden Menschen gedacht, dann fällt mir auch die Hoffnung auf die Neuschöpfung ein, dass es eine Auferstehung gibt. Wie viele Christen es heute gibt, die das nicht mehr glauben. Die denken, dass es nur eine Metapher sei für ein neues Leben, das in mir entsteht, gedanklich, wenn ich Christus annehme. Dass ich ein liebevollerer Mensch werde, ein fürsorglicher, geduldiger und so weiter. Die aber nicht glauben, dass es tatsächlich wahr sein kann, dass die Erde neu geschaffen wird. Das ewiges Leben erhalten. So eine tolle Sache. Also da gibt es doch einiges. Zum Beispiel würde mir auch jetzt der Zustand der Toten einfallen, der in der Bibel ganz klar beschrieben ist und der oft bewusst missverstanden wird oder missinterpretiert wird. Vermutlich auch in Verbindung mit den Mythologien und so weiter, was man halt sich mit rauszieht zum Christentum. Für mich ist es ein tröstender Gedanke, dass der Mensch, wenn er stirbt, tot ist. Ja. Das wäre für mich ein absolutes Horrorszenario, wenn ich wüsste, ich sterbe oder ich muss sterben und dann kann ich meinen Kindern, meinem Mann vom Himmel aus zusehen und gucken, wie sie versuchen, hier auf der Erde ihr Leben zu meistern und wie sie mich vermissen oder weil sie jetzt mit vielen Dingen nicht mehr klarkommen. Also das wäre doch kein Paradies. Du kannst nichts tun. Du kannst ihnen keinen Rat mehr geben, nicht mehr eingreifen. Du kannst, und vor allen Dingen, wenn du dann siehst, es gibt Familien, die die Eltern, beide Eltern versterben und die Kinder auf sich alleine gestellt sind, finanziell ruiniert, keinen, der sie wirklich liebt und die werden von einer Familie zur anderen geschoben, kann ich dein Paradies sein und denken, ach toll ist es hier. Also für mich ist es so, ja, so tröstlich zu wissen, wenn man tot ist, ist man tot. Dann darf man einfach, wie es gerade auch im Johannes-Evangelium ausgedrückt wird, ruhen. Das ist ein Schlaf, dieser Tod. Und dann nicht irgendwo auf Halde gestellt, du kriegst alles mit, aber du kannst nichts mehr tun. Ich würde mir das auch schrecklich vorstellen. Ich möchte gerne mal auf diesen Vers eingehen, von dem Carsten vorhin sagte, dass er so ein großes Drama irgendwie auch in sich birgt. Vers 39, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen. Ich glaube, dass Jesus hier auf alttestamentliche Prophezeiungen anspielt, die sich in Jesu Leben erfüllen. Ich würde interessieren, welche Prophezeiungen für euch ganz besonders wichtig geworden sind. Seien es direkt messianische Prophezeiungen oder auch andere, welche Prophezeiungen haben in eurem Glaubensleben eine wichtige Rolle gespielt, um Gott kennenzulernen oder überhaupt einfach Glauben zu lernen? Also ich finde es absolut faszinierend, dass es in der Bibel Zeitweissagungen gibt und sich damit zu beschäftigen zeigt einfach, dass Gott über der Zeit steht, dass er ein ewiger Gott ist, dass er die Zukunft kennt, die keiner von uns Menschen vorhersagen kann, aber er schon. Also das ist ein ganz klares Zeichen seiner Göttlichkeit, dass sich das auch so genau erfüllt. Also das haben wir auch hier im Johannes-Evangelium ja immer wieder so, die Stunde ist noch nicht gekommen, meine Zeit ist noch nicht da, aber sie kommt. Als aber die Zeit erfüllt war, sagt Paulus in Galater 4, Vers 4, die Zeit aus Daniel 9 eben, und dass sich das über so Jahrhunderte hinweg so ganz genau erfüllt, das ist schon Wahnsinn. Ja, das ist das. Da haben wir messianische Zeitweissagungen, also noch mehr kann ja Gott eigentlich nicht belegen, was da alles hinten dran steckt hinter diesem Mann, der hier aufgetreten ist. Ja, und auch diese detaillierten Weissagungen, das hat mich immer fasziniert, dass er auf einen Esel reinreitet. Könnte ja sein, er kommt, er zieht ein, aber es steht genau, welches Tier, oder dass sie um die Kleider losen. Also es ist so detailliert, das hat mich schon immer fasziniert, dass man das genau so detailliert vorausgesagt hat und dass es dann punktgenau eingetroffen ist. Richtig. Ja. Ich fand das auch sehr faszinierend, dass ich das dann so verstanden, klar, als kleines Kind, ich bin im adventistischen Haushalt aufgewachsen, man wächst damit auf, Jesus ist für einen gestorben und so, wenn man später dann ein bisschen die Geschichte vergleicht und dass die Juden und die Römer, wie das dann mit dem Todesedikten war und dass die normale, das ist eine römische Art gewesen, jemanden umzubringen und die Juden haben ja gesteinigt und im Alten Testament wird schon davon berichtet, dass er gekreuzigt wird und dass ihm keine Knochen gebrochen werden. Das war das Gängigste, was man gemacht hat, damit der Mensch schneller stirbt, dass man ihm die Knochen bricht. Und hier, die Juden haben Panik wegen dem Sabbat-Anfang, was absolut irrelevant ist, die töten den Messias, die töten ihren Gotthaben, machen sich aber Sorgen um den Sabbat-Anfang. Wie paradox. Das wäre doch das naheliegendste, dass man hingeht und bevor man überprüft, ob er schon tot ist oder nicht, mal kurz die Knochen bricht. Und solche Sachen werden Jahrhunderte vorher gesagt und genau solche Kleinigkeiten treffen zu. Wo du es gerade ansprichst mit der Kreuzigung, gerade die Seite 53 ist für mich so ein Kapitel. Jedes Mal wieder, wenn ich es lese, bewegt es mich zutiefst aufgrund dessen, was dort an Leid geschildert wird, aber auch, weil genau das eben genauso eintrifft später. Und ich sagen muss, wer dieses Kapitel gelesen hat, der kann doch nicht mehr leugnen, dass Jesus der Messias war. Der kann doch nicht mehr warten, dass da nur ein großer Feldherr kommt, der vielleicht von Römern oder von sonstigen Machthabern befreit. Also da haben wir jetzt mal die wichtigsten, würde ich sagen, oder ganz große Prophezeiungen genannt. Es gibt weitere darüber hinaus. Ich möchte ja noch einen Text betrachten mit euch in den letzten Minuten. Wenn wir ein paar Kapitel weitergehen zu Johannes 8. Johannes Kapitel 8. Agnesa, wenn ich dich bitten darf, die Verse 21 bis 30 zu lesen. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen, ich gehe fort und ihr werdet mich suchen. Und ihr werdet in euren Sünden sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden, will er sich etwas selbst töten, dass er spricht, wohin ich gehe, dort könnt ihr mir nicht nachfolgen. Und da sprach zu ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Da sagten sie zu ihm, wer bist du? Und Jesus sprach zu ihnen, zuerst das, was ich euch eben sage. Ich habe vieles über euch zu reden und zu richten. Aber der, welcher mich gesandt hat, ist wahrhaftig und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu dieser Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er vom Vater zu ihnen redete. Darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Danke. Also wird auch wieder ganz klar, wie eng Jesus und der Vater zusammenarbeiten. Man hat das Gefühl, in Diskussionen soll immer ein Keil reingetrieben werden. Du bist ungöttlich. Du lästerst Gott. Du machst dich selbst zu Gott. Nimmst dessen Platz ein. Immer wieder diese Vorwärfe von Jesus macht dir immer wieder deutlich, wir gehören ganz eng zusammen. Ich finde hier eines bemerkenswert, Vers 22, wie kommen die Juden bitte schön darauf, zu mutmaßen, dass Jesus sich selbst töten möchte. Da irgendeine Idee dazu? Was ist das für ein Gedanke? Ja, dann können wir ja sagen, wirklich das Einzige, was im Leben wirklich sicher ist, ist der Tod. Also natürlich werden sie ihm da hinfolgen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt durch den Suizid, aber sterben werden sie auch mal. Also von dem her, das ist schon echt ein ganz seltsamer Vers, dass sie da auf diese Idee kommen. Ich meine, er sagt ja vorhin Vers 21, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. Und ich glaube, sie wollen einfach deutlich machen, ganz egal, wo du hingehst, wir können dich überall verfolgen. Der Tod ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil das wollen sie ja nicht. Die einzige andere Möglichkeit, die noch bliebe und die sprechen sie nicht aus ist, er geht in den Himmel. Weil da können sie auch nicht einfach hingehen. Da hat man so ein bisschen den Eindruck, okay, auf der Erde können wir dich überall verfolgen. Wenn du dich selbst tötest, das wird ein bisschen schwierig. Aber den Himmel, über den reden wir mal besser nicht. Und das wird hier dann auch weiter so dieses Thema sein, von oben oder von unten, von der Welt. Was ist damit gemeint? Von oben oder von unten? Was möchte Jesus den Juden hier deutlich machen? Ein bisschen später im Kapitel dreht Jesus letztendlich den Spieß um und treibt den Keil zwischen den Juden und ihr vermeintliches Gottesbild. Und er sagt, naja, ihr habt schon den Vater, aber euer Vater ist nicht Gott. Sondern im Gegenteil, Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater. Das ist eine harte Worte, die er hier spricht. Und da merkt man, er kommt von unten. Na ja, ihr kommt letztendlich, ihr seid geboren vom Teufel. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen so, ich stelle mir das so vor, ein jemand aus einer zweidimensionellen Welt kann schwer das Dreidimensionelle verstehen. Und sie versuchen es ja auch gar nicht zu verstehen. Sie gehen nur in ihren Kreisen und so, wenn Jesus jetzt nicht da reinpasst, dann passt da eben gar nichts ins Konzept. Und sie versuchen gar nichts, ja, einfach dafür offen zu sein, dass Jesus da von Gott kommt und einfach ganz anders ist. Die Diskrepanz zwischen ihm und den Juden hier ist offenbar viel zu groß, als dass man das irgendwie akzeptieren könnte. Der Weg ist zu weit, um denen zu gehen und zu sagen, okay, könnte was dran sein, in dem, was er da behauptet. Eines finde ich auch noch interessant, in Vers 28, die letzte Minute, läuft schon, vielleicht befassen wir uns damit gerade noch an der Stelle. Er sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat. Das rede ich. Er sagt ihnen also voraus, da kommt ein Moment, da werdet ihr es verstehen. Seht ihr diesen Moment irgendwo in der Zukunft von hier aus? Und um was geht es bei dieser Erhöhung? Also, mich erinnert dieser Vers sehr stark an Mose in der Wüste und die Schlange, die er erhöht hat. Und wir wissen nicht, wie viele Menschen sich bei Jesu Kreuzigung tatsächlich bekehrt haben, beziehungsweise wie viele das erkannt haben. Aber zum Beispiel von einem römischen Offizier wissen wir, dass er dann sagt, wahrhaftig, das ist ein Gottes Sohn gewesen. Und ich glaube schon, dass die Juden das auch verstanden haben, dass da irgendwie jetzt was, ob sie wirklich realisiert haben in ihrer Verstocktheit, des Herzens, dass sie jetzt den Messias getötet haben, das weiß ich nicht. Aber, dass sie dann hingehen zu den römischen Soldaten und sagen, ja, übrigens, wir geben euch Geld. Die sind bereit, Geld dafür auszugeben, dass die sagen, die Jünger sind gekommen und haben ihn geklaut. Sie verstehen sehr wohl, dass da etwas übernatürlich ist, aber sie wollen partout mit aller Macht das nicht wahrhaben. Ich nehme gerade noch mal Johannes 12, 32 und 33 dazu. Da sagt Jesus noch mal, und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und Johannes kommentiert dann Vers 33, das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Tod es er sterben würde. Also es ist biblisch gesehen ganz klar, Erhöhung bedeutet, das ist der Tod Jesu. Und manche haben es vielleicht da erkannt und manche werden es halt erst in dem Moment erkennen, wenn sie den sehen, den sie durchbohrt haben. Offenbarung 1, Vers 7. Das Erkennen ist ja eine Sache, verstandesmäßig etwas zu begreifen. Und ich glaube auch, dass die Juden, als Jesus dort gekreuzigt wurde, die Felsen zerrissen durch das Erdbeben, diese Finsternis, die kam zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit. Was da rundherum geschehen ist, wie die Natur, so habe ich den Eindruck, hier gelitten hat, gestöhnt hat, oder dem, was mit dem Herr der Natur, dem Schöpfer geschieht, das konnte kein Herz unbewegt lassen. Die sind ja auch alle geflohen. Und wenn sie dann noch den Bericht gehört haben, kurz darauf, dass ein Engel vom Himmel kam, hat diesen großen Stein der Versiegelwaffen römischen Heer beiseite gerollt und den Messias dort mit rausgenommen. Ich glaube, die konnten nicht anders, als zu verstehen, er war es wirklich. Aber sie wollten es nicht akzeptieren. Ich finde es bemerkenswert, dass Ellen White in dem erwähnten Buch Desire of Ages im Sieg der Liebe beschreibt, dass diese Juden, von denen wir hier reden, eine solche Angst hatten vor dem Auferstandenen, dass sie nachts kaum schlafen konnten, dass sie ihre Türen verriegelt hatten, weil sie Angst hatten, er könnte plötzlich vor ihnen stehen. Als könnten Türen sowas verhindern. Wir sehen dann bei den Jüngern, er kommt durch die Wand, er ist plötzlich da. Aber das zeigt mir, sie wussten ganz genau, das war nicht einfach ein falscher Prophet. Und so haben wir hier sogar nochmal eine Vorhersage Jesu, die in kurzer Zeit schon erfüllt wird, wie wir erkennen, mit wem sie es zu tun haben. Wie dramatisch die jüdische Geschichte, dass die Oberen dann so weit gehen, gegen Geld die Soldaten zu kaufen, eine Lüge zu verbreiten, die bis heute unter Juden immer noch existiert. Ich danke euch für die tolle Mitarbeit. Die Zeit ist schon abgelaufen, waren viele wertvolle Gedanken mit dabei und wir haben ja auch noch ein bisschen vor uns im Johannes-Evangelium. Bevor wir ganz schließen, möchte man ein Gebet noch miteinander sprechen. Carsten, darf ich dich bitten. Lieber Herr Jesus Christus, ja, wir danken dir, dass wir das Johannes-Evangelium haben, dass wir uns damit beschäftigen können, wie du durch die Werke und die Worte übereinstimmend bezeugt hast, wer du bist. Dass du vom Vater bist, dass du von oben gekommen bist, um uns zu erlösen und uns zu dir zu ziehen. Ja, halt uns den Spiegel vor, wo wir vielleicht in der gleichen Gefahr stehen wie die Juden damals. Dass wir unsere liebgewonnenen Bilder und Überzeugungen aus der Vergangenheit haben, die ja nicht übereinstimmen mit dem, was du uns wirklich sagen möchtest durch dein Wort. Lass uns nicht auch das erleben, dass wir an der richtigen Stelle suchen und dich dort doch nicht finden, weil wir Scheuklappen vor den Augen haben, weil wir einfach unser eingeschränktes Bild nicht hergeben wollen. Ja, ich danke dir dafür, dass du durch deinen Heiligen Geist an uns arbeitest, dass du uns erleuchtete Augen des Herzens schenken möchtest, dass wir immer klarer sehen und auch wachsen, dass wir verändert werden. Danke dafür in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Amen. Wenn es um das Leben geht, wieso ist Sterben der Gewinn, weil es um das ewige Leben geht. Das, was sich ändert, glaube ich, mit Jesus, ist diese Perspektive, dass das Leben nicht aufhört. Dass das, woran du gerade beginnst, Freude zu haben, was deinem Leben vielleicht Sinn gibt, weitergeht über deinen Tod hinaus und das ist das Spannende, was beginnt, wenn du Jesus begegnest. Was ist das eigentlich? Glauben. Wir reden nicht von dem Glauben als Substantiv, sondern von dem, was man da tut. Glauben. Und manchmal kommen wir mit so Voreingenommenheiten und denken, ja, das braucht die Person. Aber so ganz tief drinnen sind ja die meisten auf der Suche. Wir sehen ja hier in Johannes 3, Nicodemus war auf der Suche. Nach außen hin hat er alles gehabt. Er war in Schriftgelehrt, er wusste mehr mehr über die Bibel als die viele andere. Er war in Schriftgelehrt, er war in Schriftgelehrt. Er war in Schriftgelehrt, er war in Schriftgelehrt.